Das Weingut Anima Negra ist das absolute Kultweingut Mallorcas und für seine Rotweine ist es weltweit bekannt. Aber auch der weiße Quibia muss sich nicht verstecken. Er gehört zu den besten Weißweinen der Insel. Diese Cuvée aus den regionalen Rebsorten Prenzal und Calais ist feinfruchtig, elegant, mit einer milden Säure und einer durchdringenden Frische. Ein klasse Weißwein, bei dem man sich wie im Urlaub fühlt.